Hallo, da sind wir wieder in unserer Sims 4 Vicky. Ich habe natürlich die Wiege jetzt auf rosa geändert, ne? Ich finde ja die rosa ist total schön. Die gelbe sieht ein bisschen meier aus. Ja, der Donnie ist ja gleich mal hier mit seinem süßen kleinen Schatz hier zugange. Hey, komm wieder her, komm, du kannst ruhig weitermachen, oder? Sag mal, wo bist du eigentlich? Äh, du brauchst jetzt nicht mehr tanzen, Popmusik ist jetzt aus. Du hast jetzt ein kleines süßes Baby. Ja, wo ist es denn? Nun, komm mal her, hier, komm. Du kannst ja mal, ähm, ihr die Brust geben. Der süßen kleinen Elisa. Und dann kannst du gleich mal ein bisschen mit ihr rumschäkeln. Hier, komm, angoren und so weiter. Kümmer schneien, hüpfen, mit Kosen und reden und schaukeln. Und dann ist das Kind erstmal... Nein, du schläfst ja auf. Du brauchst nichts machen. Nein, 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 nicht aufwecken. Komm, ach, Hannah! Hm, na, okay, dann mach das. Ich weiß jetzt gar nicht, ja, dann legst du mal wieder hin. Ich weiß gar nicht, kann man da jetzt schlafen, wenn die Bige davor steht? Geht das? Ja, das geht, okay, kannst wieder aufstehen. Danke, reicht, mehr wollte ich nicht wissen. Ja, da bist du wieder, du darfst ja auch wieder was anziehen, komm. Ähm, Outfit ändern. Was nehmen wir denn? Nur mal die zwei. Jo. So, ähm, jetzt... Und der schwimmt schon wieder mit seinen Klamotten hier rum. Vielleicht sollte ich ihn einfach mal so ein paar, ähm, tolle Badesachen verpassen. Aber irgendwie finde ich das auch cool, wie er so ist, ne? Will ich ihn gar nicht so weiter verändern. So, die kleine Maus schläft. Hanna-Lein, Hanna-Schatzchen. Jetzt will ich erstmal nochmal was ganz Kurzes gucken, weil es gab ja ein Update. Ah, die Waschmaschine. Der Geschirrspieler, vielmehr, der ist kaputt. Müssen wir auf die Luisa warten. Ähm, aber das hier mit dem... Mit dem freien Willen hier irgendwie, das haut immer noch nicht so ganz hin, glaube ich. Aber bei Krenrich stand, dass es eventuell auch an den Computern liegt. Also werden wir die jetzt einfach mal verhökern. Und den anderen auch, ich glaube, wir haben ja zwei hier, ne? Genau. Wir kaufen uns mal ein bisschen was Besseres. Vielleicht hilft das ein wenig. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Elektronik. So, was können wir uns denn leisten? Mensch, wir haben 12.618 Simmelons und ein viel größeres Haus. Wahnsinn. Ähm, ich würde ja gerne zwei Stück kaufen. Oh. Ähm, äh, oh ja. Nein, doch nicht. Ich denke immer, wir nehmen dieses Modell hier. Zack, und davon kaufen wir zwei, damit wir euch hier nicht in die Quere kommen. Ja, geht schon. So, zack, was ist denn da im Familieninventar neu? Ach, von Luna sind's. Warum sind denn die jetzt hier im Familieninventar? Ähm. Keine Ahnung, ich hänge sie einfach mal an, ne? Ich hätte so schöne Bilder gemalt. Geht nicht. Doch, da ist Platz. Ist kein Platz. Ich will jetzt nicht erst den Move-Object-Sheets reinmachen. Doch, da geht's doch. Ähm. Passt. So, wunderbar. Sehr schön. Und schon wieder ist alles leer hier bei uns. Aber nichts mehr zum Verkaufen. Nein. Da wollte ich ihn. So, ihr Süßen. Hannalein. Dein Baby schläft. Du weißt gar nicht, was du jetzt machen sollst. Verschreck, ne? Du bist doch immer noch freiberufliche Botanikerin. Und du sollst Level 4 Gartenfähigkeit erreichen und fünf verschiedene Pflanzen weiterentwickeln. Ja, dazu musst du natürlich erstmal ein bisschen hier das auftreten. Oh, gucke mal. Alles ernten. Na, das ist doch mal schön. Und soll damit noch was machen? Und jäten. Mach mal. Damit du da ein bisschen höher kommst. Und dann müssen wir eigentlich auch mal ein bisschen anderes Gemüse dahin stellen. Das war jetzt einfach nur so. Mal eben so zwischendurch. Was haben wir jetzt? Big Sister is watching you. Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten. Und Luna fühlt sich unter Druck. Ja, ist doch eine Einzelschülerin. Und es ist auch nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen, das neben ihr sitzt, mit ihren hübschen, unschuldigen Augen zu ihr rüberstarrt. Will das Mädchen von ihr abschreiben oder will es einfach nur freundlich sein? Was nun? Ich setze mir immer woanders hin hier, Luna. Was? Luna nimmt ganz hinten Platz, wohin sich das Mädchen niemals setzen würde. Zu weit weg von der Tafel. Jetzt wollen all die coolen Kinder, die hinten sitzen, von Luna abschreiben. Super. Nein, was hast du hier? Hey, warum ist deine eine romantische Beziehung, die ist so weit abgesunken? Mist. Mist. Einer ist es vergeigt? Ja. Und Alexa ist es vergeigt. Ja. Und da musst du es ein bisschen auffrischen hier. Super. Was mit Bella? Hast du auch mal was am Start gehabt? Du bist ja einer. Oh, ich glaube, ich muss sich dann nochmal los, bevor jetzt die dann... Ach, oh nee, ist ja Hannah. Hannah kann dir jetzt nicht abhanden kommen so schnell. Ah, wir haben schon Level 2 der Gartenfähigkeit. Ah, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, Hannah. Die Kleine pennt auch noch. Ähm, ob ich jetzt mal mit den Donnen unter dem Vorwand losgehe, dass wir ein bisschen Gemüse sammeln müssen für die Hannah. Und da könntest du ja aus Versehen vielleicht irgendjemanden treffen. Hm? Ha? Ich glaube, das gefällt mir. Wie geht's hier denn so? Wollen wir mal gucken? Erstmal checken hier. Alles schön. Super, komm. Mach dich mal vom Acker hier. Ähm, reise mal ein wenig. Und Hannah ist schon wieder am Planchen hier. Die hat nichts weiter zu tun. Naja. Wollen wir mal gucken. Wir gehen in irgendeinen Park und tun so, als wenn wir mal pflanzen und Samen und sowas sammeln. Oh, oh, oh. Scheiben. Wo wollen wir denn jetzt hin? Wo gibt's denn das meiste? Ach, wir fahren einfach mal hier hin, Hoasis. Gehen wir in den Park. So, da bist du. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier schon irgendjemand eventuell ist. Ist das hier Alexa? Ja, gucke mal. Na, dann werden wir doch einfach mal schnell den Tag verschönern. Komm mal her. Ach, da bist du schon. Mann, ist ja schnell. Und erzähl dir mal eine lustige Geschichte. Jetzt ist natürlich die Frage, nicht, dass du jetzt hier wieder das Problem hast, dass die andere auch auftaucht. Das wäre dann natürlich ziemlich doof. Also sehen tue ich sie jetzt hier erst mal nicht. Da müsste man immer die Straße hier, die Spornpunkte hier im Auge behalten. Ah je. Sei erst mal ganz lieb und nett zu ihr. Komm. Ey, bleib hier, bleib hier. Ach so. Dies tut ein bisschen gelangweilt. Der findet sich, glaube ich, alles nicht so toll, was du machst. Komm, red mal ein bisschen mit ihr über Interessen. Hm, sie sollte erst mal aufhören damit Schach spielen. Ah. Wenn ich sie einfach mal frech und fange schon mal an, sie zu täuschen. Ja. Sag mal, du schießt sie nach hinten weg und triffst sie. Ja, super. Was war das denn? Oh Mann. Okay, mach mal einen Polizistensitz. Ähm, wir versuchen es einfach mal weiter. Vielleicht kommt sie da ja mal endlich mal weg von ihrem doofen Schachspiel. Prüf sie mal, ob sie heiß ist. Vielleicht steht sie dann endlich mal hoch. Ja, sie denkt sowieso gar nicht daran, ne? Ah, geht doch. Komm. Hm, du bist schließlich Arzt, ne? Du musst doch deine ganzen Patienten hier schauen, ob es denen auch gut geht. Jo. Also diese Animation verstehe ich nicht, aber ich finde sie auf jeden Fall cool. So, jetzt ist natürlich die Frage, du müsstest sie natürlich wieder ein wenig, ähm, versuch's mal mit flirten. Dass du sie wieder in Stimmung bekommst. Ja, sie ist sehr kokett, sehr schön. Ja, komm, dann mach gleich mal weiter. Ha, Hannah muss davon ja nichts erfahren, ne? Du wirst sie dann auch erst heiraten, wenn, ähm, wenn du deine Streben erfüllt hast. Und dann machen wir eine ganz schöne, wunderbare Hochzeit. Mit allem drum und dran. Ah, guck mal, sie ist ja ganz hin und weg. Habe ich das überhaupt angeklickt? Keine Ahnung, biete ihr mal eine Rose an. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass ihr jetzt nicht wieder die andere da über den Weg läuft. Das wäre dann ziemlich doof. Was? Hannah muss in ca. eine Stunde auf der Arbeit sein? Hat die nicht noch Elternzeit? Hi, und du hier? Ähm, nö. Okay, du müsstest eh essen zwei Tage. Nein, 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 du brauchst nichts essen. Hör auf. Es wird hier nicht gegrillt. Hier wird geflürt. Ah, guck mal, sie möchte auch ingehen. Ähm, okay, du hast ja gerade erst eins gemacht. Komm, einmal hier gleich mal so ein bisschen hier festpunkern, damit die hier nicht wieder abhaut. Habe ich das jetzt richtig angeklickt oder habe ich daneben geklickt? So, ein Kuss hauchen. Komm her. Ah, nee, nee, okay, gut. Sie ist da erst mal noch ein bisschen mit dem anderen Schach. Ich muss das hier nur alles so ein bisschen im Blick behalten, nicht, dass die andere wieder auftaucht. Das wäre eine Katastrophe. Und dann müsst du auch immer noch zehn Sims küssen. Sag mal, aber die drei hattest du ja schon geküsst, ne? Ähm, jetzt muss ich mal kurz schauen. Ja, das sollten die drei gewesen sein. Denke mal, das ist auch ziemlich schwierig, weil ab wann kann man Sims küssen? Gute Frage. Komm, ein bisschen aufreißen, posieren hier. Ah, da, 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 da. Ah, ah, was nehmen wir denn noch Schönes? Chrissy, komm, ein bisschen rumknutschen. Oh, sie will einen Techtelmächtel mit dir. Hier kann man gar keinen Techtelmächtel machen. Hier ist nichts. Bitte, ein Freund dazu sein. Jetzt muss ich doch direkt mal schauen. Hast du denn eigentlich schon bei den anderen irgendwie eine Freundin? Ähm, äh, da, 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 da. Techteltaum, ja. Nee, lieben feste Freundinnen. Und das sind auch noch Techteltaum. Jetzt muss ich mal kurz hier schauen, hier in deinem Bestreben. Level 6 der Karmusma, genau. Und dann bei 4, was brauchst du da? Weitere 8 Freunde oder Freundinnen gehabt haben. Ach du mein lieber Schreck. Ah, das musst du alles aufrechterhalten. Okay, dann bitte sie schon mal, deine Freundin zu sein. Ich hoffe doch, dass das mal zählt. Ja, sie steigt auf einen. Auf jeden Fall findet sie das irgendwie ganz toll, dass sie jetzt deine Freundin ist. Oh, ja. Jau. Ja, dann knütteln noch ein wenig und sei noch ein wenig verspürerisch. So, dann hast du das aber hier, dein Soll erst mal erfüllt. Dann hör mal auf damit und sammeln hier mal ein paar Sachen. Was haben wir denn hier schön? Ein Zitronenbaum. Der ist leider noch nicht reif. Was haben wir da? Salbei. Komm, kannst du mal ernten gehen? Ich schicke dich jetzt hier mal so ein bisschen rum. Was haben wir da Schönes? Gänseblümchen. Ach, ernte einfach alles hier. Wobei, Gänseblümchen haben wir, ne? Was haben wir da Schönes? Brombeeren. Brombeeren haben wir, glaube ich, auch schon. Na, Brombeeren ist sowieso nicht. Gänseblümchen haben wir schon. Mal gucken, was es hier noch Schönes gibt. Da ist noch was. Chrysanthene. Nehmen wir auch. Was haben wir da? Gänseblümchen haben wir schon. Ich gucke mal, was hier hinten noch Schönes ist. Zitrone. Die Zitronen sind gerade noch nicht reif. Da müssen wir noch warten. Oder ein anderer mal wiederkommen. Und hier hinten. Das war doch mal ein guter Vorwand, ne? So kann man da einfach mal das Haus verlassen. Und du bringst ja auch etwas mit nach Hause. Also, es könnte also... Karotte! Hey! Sag mal, irgendwer braucht ja doch Karotte. War das nicht so? War nicht hier Olleroy? Brauchte der nicht Karotten? Salbei haben wir schon. Ähm... Gehen wir mal hier hinten noch kurz lang. Da sind jetzt nur Steine. Steine sammeln können wir eigentlich auch mal, ne? Aber jetzt machen wir erstmal die Pflanzen. Was haben wir da noch Schönes? Noch ein Gänseblümchen? Ne, das reicht denn. So. Und wenn du das gemacht hast, dann... Dann darfst du erstmal wieder nach Hause. Komm. Achso, muss ich auch noch sagen, dass du nach Hause willst. Wir haben es wieder geschafft auf zwei romantische Beziehungen. Ja! Dann müssen wir jetzt jetzt nur noch hinkriegen, irgendwie, dass du das mit der anderen noch nicht mal wieder aufpäppst. Das war doch mal ein erfolgreicher Tag für dich. Ja. Ja, kommt sich da noch richtig toll vor, ne? So, ähm... Was macht denn unser kleines süßes Schätzchen hier? Oh, Luna, guck doch mal. Du hast eine kleine Halbschwester. Guck doch mal. Angohlen. Reden. Mach mal. Spiele mal ein bisschen mit der kleinen süßen Schnecke hier. Jetzt muss ich mal kurz checken hier, was denn hier Sache ist. Level 6 der Charisma-Fähigkeit möchte der Freund der Welt noch haben. Hm. Sollte doch zu machen sein. Wie weit bist du denn da? Charisma. Na ja. Dann dauert noch ein wenig. Wie geht's dir? Super geht's dir. Wann musst du wieder arbeiten? Drei Tage. Mann, du hast alle Zeit der Welt. Oh, hast du sie wach gemacht? Ach, Hanyi. Ja, spiel mal ein bisschen mit ihr. Wo ist die Hanna? Ach, die Hanna ist ja jetzt zur Arbeit. Das finde ich ja auch doof. Ich dachte, das geht ein bisschen länger mit der Elternzeit. Ja. Sie ist auf jeden Fall erst mal drei Tage lang glücklich, dass sie ein Baby hat. Na okay, dann muss ich ja hier mal irgendein anderer drum kümmern. Was machen die hier beide Schönes? Die plaudert. Der Hanna, äh, der Luisa geht's dir auch super. Du Nerd-Hirn. Du willst... Ah, wir hatten noch irgendwelche kaputten Teile. Moment. Du darfst erst mal den Geschirrspieler reparieren. Geht's dir soweit gut? Ja, ne? Alles schön. Wir wollen keinen Handwerker anrufen. Nein. Wir wollen keinen Reparaturservice engagieren. Wir reparieren selber. Wir freuen uns jetzt über jedes kaputte Gerät. Also worüber ich jetzt hier schon seit Ewigkeiten geflucht habe, macht jetzt irgendwann Sinn. Komm, und du machst erst mal an der Rakete weiter. Und jetzt muss ich mal gucken. Okay, die Hanna ist ja sowieso gerade nicht da. Was wollte ich jetzt mit dir machen? Ja, du sollst jetzt hier... Du kannst eigentlich mal in den Spiegel vollquatschen hier, damit du auch endlich mal fertig wirst. Und mal einen Schritt weiter kommst. Los. Geschichten erzählen, üben. Mach das. Hey, Luna. Hast du überhaupt schon deine... Die ist schon wieder auf dem Spielplatz. Das finde ich immerhin total cool, dass sie selbstständig auf den Spielplatz gehen. Das hätte ich mir immer bei Sam's 3 gewünscht. Naja, dann lassen wir sie, ne? Oder? Wolltest du noch irgendwas Besonderes machen? Ach, du wolltest ja, wenn du inspiriert bist. Ja, wann bist du schon inspiriert, Kind? Hast du eigentlich deine Hausaufgaben schon gemacht? Nee. Mach mal. Brill... Bei Hausaufgaben brillieren. Mach mal. Kannst du auch meinetwegen da machen. Ist mir egal. Und bevor du denn auf der Parkbank schläfst, darfst du wieder nach Hause kommen. Wahrscheinlich würdest du nachher dann wieder pernmetten. So. Du bist am Labern. Sehr schön. Mach das. Ach, der muss auch erst mal... Ach, Mensch, wir haben ja Freitag. Er hätte eigentlich jetzt gar keine Hausaufgaben machen müssen. Aber ist egal. Mach es trotzdem. Ja, gibst du dem Spiegel. Sehr charismatisch. Sehr schön. Sehr schön. Du bist schon mit dem Hausaufgaben fertig? Ja, das lutscht ja. Ähm, ich glaube, es könnte sich zwischendurch auch irgendwie mal jemand um das kleine Schätzchen herkümmern. Luisa, was machst denn du? Nichts. Komm. Hast du deinen Schäden schon repariert da unten? Hm? Sieht so aus. Was? Ach nee, das ist das hier, was hier rumzuckt. Komm, du darfst mal mit Flasche fittern hier die kleine Schnecke und darfst auch mal den Windeln wechseln, auch wenn sie noch gar nicht eingemacht hat. Und auch mal hier ein bisschen rummachen mit der kleinen Schnecke. Mach mal. Was haben wir noch? Älter wären stolz vor der Zeige. Dann mach mal ein bisschen rum mit der kleinen süßen Schnecke hier. Damit die sich hier nicht langweilt. So, wenn du das... Was machst du denn da Schönes? Tanzen. Wo bist denn du? Ach, du willst da tanzen? Nee. Jetzt bist du natürlich wieder nur verspielt. Ist das fertig, das Bild? Das ist fertig, ne? Kann man das irgendwo ranhängen? Jo. Wir pflastern hier einfach alles zu. So, zeichnen. Leute. Unwohl. Okay, brauchst du nicht. Vergiss es. Warum bist du denn jetzt unwohl? Was ist denn jetzt hier? Wegen was denn jetzt? Ach, schlechte Umgebung. Nö, dann komm einfach nach oben. Dann geht's dir wieder gut. Mach mal hier ein bisschen was hier. Können wir hier ein Babyzimmer bauen. Und dann hübsche Bilder ranhängen. Hä? Mach mal. Und die Luisa hat da unten nicht aufgewischt. Kann das sein? Ja, das ist einfach alles stehen und liegen lassen. Jetzt mach ich erstmal dieses Ding jetzt hier aus. Aus. Sehr schön. Ja, Luisa. Was hast du denn gemacht? Hast du ja gar nicht aufgeräumt. Haben wir irgendjemanden, der frei ist? Ja, ach nee. Der macht ja an der Rakete rum. Du bist noch mit dem Baby beschäftigt. Okay, danach darfst du dann nochmal die Teile plündern. Und aufwischen. Und ich räume hier ein bisschen auf hier. Ich verdiene ein wenig Geld hier. Ähm, habt ihr hier noch irgendwas rumstehen? Nö. Und so wie was kaputt geht, Luisa, darfst du weitermachen. Das finde ich jetzt total cool, dass es irgendwie Sinn macht. Ui, das ist noch mit der kleinen süßen Schnecke da beschäftigt. Wann kommt die Hanna eigentlich wieder? Bei der Arbeit. Wann denn? Null Uhr. Ach, ach doch, ist ja schon wieder 23 Uhr. Ah, und du musst hier noch vier Bilder malen. Dabei bist du nur verspielt und nicht mehr inspiriert. Ist egal, vielleicht wirst du ja noch inspiriert. Wobei, so viel brauchst du auch nicht mal. Mindest zweimal reicht das auch. So, und dann, denke ich mir, darfst du dann nur nach ausschlafen und ins Klafen gehen. Oh, oh, was hat ihr denn hier? Ja, wenn du unwohl bist, brauchst du da auch nicht labern. Bringt gar nichts. Dann steigt das sowieso kaum an. Was hast du denn für Probleme? Ach, du bist einfach nur müde. Okay, dann gibst du hin. Gute Nacht. So, ähm. Ja, die Kleine ist, glaube ich, erst mal versorgt. Du bist dann auch irgendwie beschäftigt. Er ist schon mal in der Kiste. Und die gute Luisa, die weiß nicht, mit sich anzufangen. Halt, Moment. So. Was wolltest du noch alles Schönes machen? Level A, Geschicklichkeit. Und fünfmal mit Tarektheite starten. Ja, was denn jetzt schon ins Bett? Na, dann geh doch ins Bett. Oh, und der ist jetzt auch müde. Okay, ich habe verstanden. Ja, hör, ich will immer da oben das wegklicken, merkt ihr schon. So, du darfst jetzt auch aufhören damit. Und damit es morgen keinen Engpass im Badezimmer gibt, darfst du natürlich erst noch über losgehen. Komm. Du, mach erst mal hier noch eine Runde. Dann ist es vielleicht auch ganz gut so, wenn ihr nicht alle gleich ohne tote müde seid. Wenn die Kleine Nacht schreit. Dann ist wenigstens einer fit. Oh. Hey. Du hast hier gleich noch eine Kreativitätslevel 1 höher. Das muss ich mal kurz schauen. Ähm. Ach, das geht aber noch. Das will ich, glaube ich, noch schnell zu Ende haben. Wie weit bist denn du? Was machst du denn da Kreativität? Hey, hast du gleich acht? Okay, wenn du das getan hast. Jo. Mach erst mal ein Feuerwerk raus. Ähm. Ja, dann geh einfach. Ja, hat sie. Super. Ja, willst du das Bild noch zu Ende mal? Ach komm, dann geh du auch duschen. Und dann erst ins Bett. Klicken wir das nochmal weg. Oh. Ach komm, hör jetzt auf mit dem Malen. So, Hannalein. Hahaha. Hanna fühlt sich erst mal glücklich hier. Und, ähm. Mein Gott, dir geht es ja echt prächtig hier. Dann kannst du dich vielleicht noch ein bisschen ums Baby kümmern. Ja? Obwohl, dir geht es auch gut. Na gut, dann gehst du auch erst mal schlafen. Komm, ab in die Kiste. Gute Nacht. So, meine Simms sind im Bett. Machen wir an der Stelle erst mal wieder Schluss. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.